So, liebe Leute, jetzt geht's los hier bei der CoC Special Edition. Wir spielen heute mal die Combined Forces. Es spielen FF, IA58, RMDV und die 13. Jäger gegen DWC, 13. Inf, H9, DGD und Gang Gang. EOW. Wobei, EOW, boah. Und es geht los. Wir haben hier ein paar Änderungen zu der normalen Mod. Das ist ja eine Special Edition und hier gibt's also Kampfhelis, Stinger-Raketen. Ich hoffe, ich kann das ein oder andere einfangen. Also, manned Stingers mehr oder weniger. Genau. Jetzt gucken wir mal, ob bei der Mod die Dinger funktionieren. Die Dinger geht direkt bei der Police Station runter. Funktionieren. Siehst du? Mit? Jätet die einfach. Direkt. Und der erste Clash bei Police. Oh, der Heli wirft die Flares. Darkness wirft die Flares. Voll besetzt. Der Alex hat schon gleich einen Hit gekriegt hier. Fliegt jetzt weg. Und hier ist der erste Clash hier schon direkt auf Police. Lustigerweise kennt niemand bei Vinyard hier von den Russen. Copy. Versteht keiner so genau warum. Sauber. Wir haben 30er Audio südlich von Police. 30er Audio südlich von Police. Kann ich kennen. Da ist sicher, es muss ein Marker mit uns von 6. Vielleicht ein BTR. Feind hab. Wir bauen die in Construction rein, bei Police. Hab. Hab steht direkt. Ich brauche ein Mempower von meinem Police direkt. Ja, ich lasse. Getraded. Getraded. Ja, komm schon auf was das heißt. Fuck. Hab überrannt direkt. Ich hab nicht verloren. Unser Reddy ist down. Habt. Feind überrannt direkt. Wir kriegen da so keine Kräfte rein. Eieie. Hab wieder frei. Ja, versuch. Wir kommen gleich aus Norden. Ja, Tacoret hier mit der Shotgun unterwegs. Ah, gut gemacht. Habe ich Bosch hier. Wir sind hier unterwegs. Haben sofort die Feind-Hub weggenommen. Feind-Bring full-sport jetzt nochmal rein. Per Lodgy bei Police. Ja, wir müssen ja gucken, wo die hinfahren. Aber niemand macht die Back-Cap. Ist ein bisschen besorgungserregend. Ja, wir starten den Cap auf Mainstreet. Na, wir müssen mal ganz kurz gucken, ob ich hier die Settings vom Audio richtig hab. Wow, 117% ist vielleicht ein bisschen arg laut. Ja, da hat man sich dann doch durchgesetzt hier auf der Flagge. Ah, die Shotgun. Ne, wer hatte die Shotgun hin? Wer hat die Shotgun hier verwendet? Ich glaube, das war Keule. Ne, Keule hatten... Ich hab noch geschlafen. Doch, ist mit der Shotgun hier. Ja, guck mal. Ohohoho, ein Nähdchen. Aua. Sieben kommt jetzt auf Hauptstraße von Norden. Boom, boom. Hm, nimmt hier mit der Shotgun den Eingang ab. Oh, und ist aber da erwischt worden. Schön gewacht. Da hat Erik ihn erwischt. Check. Check. Ich brauch immer noch 30er Audio-Kontakt dort. Ja, copy. Sieben kommen langsam ran. Lass immer die Feuer laufen. Ach, ich seh das nur nicht, ob die Cap gemacht wird, aber... Ah ja, doch, jetzt ist jemand auf Vinyard, aber die Cap ist immer noch nicht durch. Das könnte jetzt dann doch noch im Nachhinein in die Hose gehen. Versuch nochmal am Fluss langzukommen und dann ran zu kommen. Ich weiß nicht, Bacon hat jetzt die Backcap gemacht, sehr gut. Ist dann da rausgelassen worden oder so, keine Ahnung. Aber da hat man irgendwie die Backcap verpennt hier. Das ist nicht so gut. Haben die gar keinen Backcap gemacht? Das war gut für uns, oder? Unsere Maus. Ja, da ist noch mal Zeit. Wer ist Squad 4? Wer ist Squad 4? Ähm, Colin Klaus snackt hier direkt ein paar Leute und fahren mit dem Lodge rüber nach School, dass wir da Attack-Flop bauen können, wenn die da so Struggle haben. Ich komm mit. Ja, copy. Machen wir. Zweig hat nur zwei Mann. Der MGS Zweig hat nur zwei Mann. Das wäre es, ey, bis jetzt hier. Hier haben wir alle neuen Namen gegeben, das ist ja nicht lustig. Hat hier die Stinger. Einfach nur eine Pop-Bahn gelungen. Auf der Schulter. Du sollst nicht so viele mitnehmen, einfach nur Pop-Bahn. Nee, nee, ich fahre mit einem los. Der Rest muss weiter Police pushen, wir haben immer noch wenig Kontrolle. Also eigentlich gar nicht. Ja, die Mörser können, denke ich, die Habgut treffen. Jetzt ist Vinyard erst durch. Na, das könnte in die Hose gehen. Ist auch schon ziemlich alles down. Wow, hier. Das ist schon mächtig. Mächtige Gun drauf. Strikker. Oh, und dann kommt der Little Bird. Da kommt auch noch rein. Darkness liegt hier mit dem Little Bird. Muss jetzt wahrscheinlich in den Reload oder Dreht. Wir hatten jetzt ein bisschen Probleme mit dem Einstellen aktuell. Da ist Sichtfeld verhindert. Die Habgut, die glaube ich noch hauen. Zu unnah dran sind wir noch nicht. Okay, kommt. Die Feinde haben im Südkosten wahrscheinlich einen Spawn, die kommen ja von da. Ich fahre da gleich mal rum. Ja, der ist schon sehr wendig, der Kleine. Noch könnt ihr drauf fahren. Vorhin in der Runde, in der Staging- oder in der Vorbereitungsphase mit Alex geflogen, mit dem Little Bird, sind schon sehr wendig die Teile. Wie kommt's hier? Bin gut. Ach, da steht die zu pushen, dann bist du. Oh, das war eine Stinger. Die hat aber nicht getroffen. Ja, da ist der zu schnell. Da ist der zu schnell, glaube ich, weil... Soweit ich weiß, hat die Stinger, sobald man das Flugobjekt un-aimt, irgendwie muss so einen durchgehenden Ton geben, bevor er das Ziel erfasst. Ansonsten droppt der einfach nur nach unten. Die Police ist gleich durchgecapped. Ihr könnt auf jeden Fall Leute da an das U-Fox voranlassen. Haben noch einmal getradet. Können wir mal Supplies auf Police Station? Das zieht statt von... So, jetzt hat man hier schon die FOP verloren. Skull-Fop kommt hoch. Ich konnte die HUB nicht näher ans Google ran setzen, WDR kreist hier. Ja, Squad 7 kommt rum. Der BMP ist down. Heimt, äh, nordwestisch von Police Station. Ah, Streichel. Hm, Alex und Hammerfaust sind hier mit einem 30er BTR unterwegs. Geht hier auf den Striker. Ah, aber da ist halt keine Chance gegen das Ding. Oh, oh, aber schöne Hits. Hier oben von der MIG. Die MIG hat aber auch, das ist ja, nicht MIG, ähm, die MIG. Oder was ist das hier? Eigentlich ja, MIG hovert weit, ist präzise markiert. Feuert mit ATGM. Ein Fein BTR ist down. Der Anti-Air, woher ist, natürlich. Das Auto-Yeti jetzt drin. Er hovert hoch. Er hat hier eine gute Sicht. Wir sind hier schön in der Luft stehen. Zelsjus und Yeti hier in der, in der Hover-Stellung. Ja, so ein bisschen Ruhrschwein passen auch mit. Und dann haben wir einen Torben direkt. Versuch uns zu kämpfen. Ich bin theoretisch. Ja, ich befürchte nur, dass er dann wahrscheinlich hier gerade zum Mainbase liegt. Aber wir können es probieren. Oh, was ein Hit. Das war die Stinger. Feindliche Heli zerstört. Das war die Stinger. Perfekt. Gut so. Krasser Hit von der Stinger. Habt ihr irgendwo Feinde auf School? Süd, West? Negativ, wir cappen jetzt auf School. Ist der Heli raus. Na, wenn ihr in School durchcapt, dann gehe ich direkt weiter nach Vinyard und push mal in eurem Süden durch. Ja, irgendwer könnte mal ein Lodgy vielleicht nachziehen, südwestlich von School, dass wir da nochmal eine FOP im Nahbereich hochkriegen. Was ist mit dem Vierer Lodgy? Ist der leer? Der ist jetzt leer, ja. Ich hab den nur vom Radio weggefahren. Okay. Ähm, ansonsten... Dö, 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 dö. Haben wir doch bestimmt noch ein Transport-Heli oder so. Das wäre der Smartest der eigentlich. Ja, da müsste er eins. Ja. Ja, das war hier... School Cap 20 bis Neutron. Der Ernst der Affe. Der Ernst der Affe hat hier... ...den Heli unter Feuer genommen. Ich glaube, dass das sogar seine Stinger war, die ihn rausgenommen hat. Schöner Schuss. Oh, jetzt kommt ein Stinger gegen den Dings. Aber da sind die Flares rausgegangen. Hat man gut gesehen, die Flares haben einfach dieses Dinger abgewehrt. Ja, jammer, schade. Der Schuss ging leider daneben. Ja, und jetzt sieht man hier... School gleich neutral. EUW SDS mit DWC. Ich versuchte jetzt hier nochmal einen Angriff zu starten. Sind aber hier nur zu viert auf Police. Mhm. Aber das wird wahrscheinlich nix mehr werden. Wir kriegen jetzt vermehrt Süd-Ost-Kontakt. Das ist die beste Uhr. Wir gehen aber weiter. Ich würde hier auf die KD gucken. Wir sehen hier oben die Total Downs, die Deaths und die Downs. Also da ist Team E58, RMDV, FFF, doch und 13. Doch deutlich vorne. Also auch im Verhältnis wesentlich besser dran. Da ist leider nicht viel gemacht worden. Was ist denn mit meinen Jungs hier überhaupt noch nichts getötet? Gar nichts! Was ist das denn hier? Ja, wir gucken, was High-Hill hier macht. Vielleicht ein Transport-Hill, der uns abholen kann? Ja, Squad 7 hat gerade den feindlichen MBT rausgenommen. Was? Ja, das ist natürlich schon nicht so schön. Hier, also, KD. Rein, zieht den Logi gerade Richtung School, der sogenannte Anti-Air-Boys. Mit? FFF zieht nach Police Station vor. Ja, wir brauchen vor allem Supply School gleich noch. Sonst kann ich hier nicht lange halten. Ich habe einen Skull jetzt. Nichts weiter. Nice. Wir sind bei 30%. Meine ist und geht jetzt aber von Norden und von Osten rein. Ja, wenn ihr durchcappt, cappen wir instant Veni hat anderen vermutlich. Vorausgesetzt, der noch immer einen Jungs stört bei. Ja, ich kriege gerade nur keinen Spawn in die Nähe. Ich versuch's. Fine bei Tankstelle, Police. Cappen. Genau, falsch. Für FF. Ja, wir kommen. Ist tot. Erstlich von Skull, feindlicher Logi, möglicher Hub da. Ja, und dann schon gleich auf Vinyard auf der letzten Flagge. Das wird eine kurze Nummer. RMDV ist schon auf der letzten Flagge. Hier auf Vinyard. Wenn jetzt da Skull durch ist, dann ist der Käse gebissen. Auch schon gehört, dass es fast durch ist. Da bringt jetzt auch der Angriff da hinten nix mehr. 13 der Inf und so weiter. Das haben sie leider am Anfang dann verkackt. Das war nur die Backcap. Das war wirklich nur die Backcap. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen. Zumindest hätte man anders aufbauen können. Ich war bei der Taktikbesprechung da nicht dabei. Ich weiß nicht, wer da verantwortlich war für die Backcap. Aber so ist es nun mal. Sind schon noch ein paar Tickets übrig? Ich glaube, das war Faken. Schöner Hit. Ja, mit der Heavy AT. War richtig schöner Hit. Von der Seite, glaube ich. Auch gleich den Motor zerstört. Wunderschöner Hit. Naja, jetzt muss man natürlich schon... Naja, gut, aber jetzt ist es eigentlich vorbei. Weil die letzte Cap wird schon angegriffen. Ich bin ja zurück. Jetzt versucht hier nochmal der Squad von Habicht, sprich SDS und EOW, versuchen jetzt hier nochmal ranzukommen. Postieren sich schön hier oben auf dem Hügel. Um erstmal zu gucken, was denn da so alles ist. Von hinten kommt Alex noch an. Auch sehr schön. Oh. Der Cap ist auch, aber Feind kommt zurück mittlerweile. Nevermind, wir cappen nicht mehr. Die sind in der Cap. Ja, Cap erstmal gestoppt. Aber das ist der Little Bird schon wieder. Oh, schöne Hits. Auf den Lodgy. Der ist, glaube ich, gerade down. Der Lodgy ist nicht down. Aber jetzt ist er dann... Boah, krass. Krass jetzt... Echt, nicht schlecht, Darkness? Nicht schlecht. Also ich habe so ein Ding immer versucht zu fliegen. Jetzt ist er in meine Probe geflogen. Ich finde das nicht machbar. Aber gut. Ich kann nie, keine Fahrzeuge. Bin jetzt, sollte gleich neutral sein, wenn sie weiterkippen. Dann bauen wir jetzt Kräfte aufs gut oder auf... Ich weiß nicht, dass wir das mal lernen, wenn die Zonen muss voll, aber... Schön, habe ich gut gemacht. Gut rausgeholt da. Ja, die Stinger haben irgendwie jetzt noch nicht so extrem ihre Wirkung gezeigt bei den Russen. Ah, schade, habe ich gefallen. Jetzt geht die Cap natürlich weiter. Oh, damit! Gar nicht, genau. Ich mache jetzt selbst für mich einen Lodgy Run of School. Ich versuche die Stellung hier zu halten. Aha. Hier ist wohl ein Ding jetzt benutzt worden, eine Blendgranate benutzt worden. Ich fand den Mod das so nicht schlecht bisher. Die ist mega geil, Junge. Ich fühle die komplett. Ich fühle den Wurfhaken geil. Panzer Squad 7 hat wieder den MGS Striker. Squad 5 rückt jetzt Richtung Spool zu Fuß vor. Wir räumen da im Rücken auf. Ich komme zu der Fall. Wir haben fein Kontakt im Norden und kriege einmal einen Straffing Run. Sehr großartig. Da Downrad Bob. Gut, gut, gut. Vielen Dank. Okay. буagonalert. Du ziehst... tryst auf die Flinther. Bleigu reducing Ex hacemos die Rausch. Um низ. Oh viel was es CreckARD was. Baldai über jeden Fall war. ist gut soweit alles safe oh jetzt hier alex und hammerfaust ragen hier durch vineyard durch mit 30er haben hier eigentlich auch so ziemlich alles rausgenommen der einzige der noch lebt ist jetzt hier jetzt müssen die jungs hier nach pushen ist es kommt jetzt hier ein 13 im versuchen jetzt noch mal dem blie draus zu kriegen ist aber in die cap jetzt rein ach da hat sich jetzt hier glaube hat sind von hinten rein geschlichen aber nix geht doch leicht angehittet das war wieder eine stinger und boom raus ist er ich sehe also heil und die jungs sehe ich gar nicht bin blind wahrscheinlich das ist gott 7 jetzt kommt wieder ein little bird der wird sich jetzt hier auf die habs stürzen ach da drüben heil hat jetzt hier versucht eine fortzusetzen rektor ist hier rektal aktionen machen ja da teilen versucht hier noch mal eine abzusetzen da wird jetzt nachgespawnt wo der little bird natürlich gleich aus der luft hier das radio schon im blieb hat es gerade auch nicht unten greift aber hier den loggie nochmal an ja jetzt ist blieb ticket blieb jetzt ist spiel vorbei okay okay Also wenn ich es richtig gesehen habe, kommt auf 0 Mark 3 ungefähr beim Fußpap ein halbes Das ganze ist aus, ich wusste anscheinend vom Polis auf So, immer Feind BTR down Negativ Avada Medafra Simsalabim Jim 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 Allah Aaaaaaahhhh ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.